Die Messen in Maastricht, Bremen und Paris läuten jedes Jahr die neue Oldtimer-Saison ein. In Paris beim Salon Retromobil trafen sich über 130.000 Enthusiasten der Oldtimer-Szene in diesem Jahr zur 44. Ausgabe der Veranstaltung vom 6. bis 10. Februar 2019. Über 500 Fahrzeuge waren auf rund 46.000 Quadratmetern zu bestaunen. Ein besonderer Leckerbissen ist für das spendierfreudige Publikum das Zusammentreffen von gleich drei großen Auktionshäusern. Aber auch die Highlights der zahlreichen Sonderschauen und Club-Ausstellungen erfreut die Besucher und die Händler brachten einige ganz besondere Exponate an die Szenen. Auffällig auch in diesem Jahr war das deutliche Angebot an Rennen und Sportwagen. Die Speerspitze bildeten auch in diesem Jahr die Ferrari-Modelle. Darunter Ferrari 275 GTB, 365 GTB-4 Daytona Competizione und auch der legendäre Kalifornien. Zwei weitere Marken waren in diesem Jahr oft auf den Ständen der Händler zu sehen. Aston Martin und Maserati. Zwei Highlights dieser Marken zeigte Fiskens. Den Aston Martin DB4 GT Lightweight von 1960 und den Maserati A6 GSC von 1955. Ebenfalls echte Renngene besitzt der 1969er BMW 3.0 CSL Batmobile. An der Ecke des Standes steht der Alfa Romeo Typo 33-3 von 1971. Ebenfalls mit beeindruckender Renngeschichte, denn das Fahrzeug siegte am Nürburgring, wurde zweiter in Sebring und auf der Targa Florio und zeigte eine sehr eindrucksvolle Historie. Ein schönes Beispiel belebter Historie ist der 1955er AWM Jaguar, der 1956 an der Millimilia teilgenommen hatte. Das Fahrzeug zeigte sich in seiner sehr schönen und lebendigen Patina. Ein echtes Feuerwerk an Lancia-Modellen präsentierte Lukas Hüney. In der ersten Reihe glänzten in Regenbogenfarben aufgestellt sieben leuchtende Lancia Stratos um die Wette und lenkten fast von einem Highlight auf dem Stand ab, dem Lancia D23. Simon Kitzten stellte in diesem Jahr zum ersten Mal auf einem eigenen Stand aus. Auf einem purpurfarbenen Teppich zeigte er eine Ausstellung, die er persönlich als Miura Landier bezeichnete. Gleich sechs Lamborghini Miura-Modelle waren zu sehen, darunter der Prototyp des Miura Spyder, SV und SVJ und das Grundchassi, das 1966 auf der Messe in Genf gezeigt wurde. BMW Classic zeigte, dass in der Historie der Firma nicht nur Automobile gebaut wurden. Ein besonders schönes Beispiel dafür war ein Speedboat mit Riverboat-Anmutung auf der Basis des BMW 507. McLaren feierte 50-jährige Renngeschichte und präsentierte am Stand von Richard Meehl Rennwagen aus fünf Jahrzehnten. Wie zum Beispiel den McLaren M7C01 von 1969 oder den M23 mit dem Amazon Fittibaldi 1974 Weltleister wurde. Wo sonst in den letzten Jahren die französischen Fahrzeuge dominierten, hatten in diesem Jahr die Italiener gleich aufgezogen. Liebhaber der italienischen Marken konnten an den Ständen der Händler durchaus die ein oder andere Rarität entdecken. Wie zum Beispiel das Alfa Romeo 6C 1500 Sagato Coupé, Fiat 508 bei lila CS Berlinetta Millimiglia oder den Maserati 4 CLT. Die Vielfalt war groß und reichte von den Vorkriegs-Oldtimers hin bis zu den Klassikern aus den 50er und 60er Jahren, wie der Alfa Romeo TZ1, Maserati Ghibli oder Lancia Flaminia. Die Messe Retromobil macht sich mittlerweile als internationale Messe einen Namen. Besucher der ganzen Welt reisen nach Paris, um stilvoll ins neue Oldtimer-Jahr zu starten. Auch deutsche Händler wie Arthur Bechtel, Kienle und auch Axel Schütte waren auf der Messe vertreten. Die Markenstände der Mercedes-Benz oder der Volkswagen Group suchte man vergebens. Das Auktionshaus Agüte präsentierte gleich zwei interessante Rennfahrzeuge an ihrem Stand. Den Porsche 904-6 Ex-Tour de France und den March 711 von Ronny Peterson aus dem Jahr 1971. Auch im Bereich der Rennfahrzeuge geht der Trend immer mehr in Richtung Youngtimer. Am Stand von Girardo und Co. war daher das Highlight ein Maserati MC12 Corsa. Auch in der Youngtimer-Ausstellung war ein C-Klassenrennwagen zu sehen. Nicht nur die hochklassigen Fahrzeuge glänzten auf der Retromobil. Im Ausstellungsbereich Fahrzeuge unter 25.000 Euro waren auch einige echte Raritäten zu sehen. Vom Citroën-Vorkriegs-Oldtimer über die Corvette bis hin zu den üblichen französischen Klassikern, wie die Citroën DS oder der Traxion Auvin.